Ja, wie man sieht auch hier vorne ein ganz kräftiges Polizeiaufgebot. Das sieht ja fast schon aus wie Militärhilfe von der Bundeswehr, die Wagen. Was ist denn das? Da muss ich doch mal gleich gucken gehen. Ob das Polizei ist oder Bundeswehr? Ich kenne die Dinger nur vom Bund, die Autos, aber naja... Wahrscheinlich fahren sie in Berlin noch andere Kutschen. Reisebusser, hast du nicht gesehen? Ja, hier ist Jan Schimmert los. Also wie ihr seht, ich bin hier direkt am Magdeburger Hauptbahnhof. Ja, hier ist so eine kleine Trutzburg, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, dem Kennzeichen da sind das Bundespolizeieinheiten hier. Wahrscheinlich zur Sicherung angeblich der Gleisanlagen oder sonst was. Die werden schon immer einen Grund finden, um sich hier hinzustellen. Nein, nein, nein. Der kriegt die Daten vom Hubschrauber. Der kriegt die Daten vom Hubschrauber. Sollen wir mal winken? Winken wir mal einen schönen Gruß von Castor TV an den Polizeihubschrauber. Ja, da wollen wir mal gucken, was hier so los ist, ne? Also es ziehen sich hier ziemlich viele Polizisten zusammen. Der ganze Parkplatz wimmelt davon. Da hinten ist so eine Gulaschkanone, wie man sieht. Ja, jetzt haben wir uns hier erstmal versammelt, die Demonstration. Ich geh da mal nicht näher ran. Ja. Ja.